Magath ist dann nach einem Jahr, wo wir super erfolgreich waren, ganz plötzlich dann weg. Und dann sage ich, hör mal, in zwei Jahren sind wir wieder in der ersten Liga. Das gebe ich dir jetzt schon schriftlich. Du Idiot, was ich gesagt habe. Arschloch. Ich wusste vom ersten Training an, ich werde hier spielen, aber ich muss natürlich alles raushauen. Moin, Leute. Es ist wieder soweit. Die Kultkicker sind wieder zurück. Heute wieder im Frankenstadion in Nürnberg bei fantastischem Wetter. Es ist fast schon ein bisschen zu warm, könnte man sagen. Wir haben wieder einen tollen Gast für euch und ich würde sagen, den gehen wir jetzt einfach mal begrüßen. So, und da sitzt er auch schon. Michael Wiesinger. Grüß dich, Micha. Schön, dass es geklappt hat. Hi. Erstmal, wie geht's dir? Mir geht's gut. Also den Umständen entsprechend. Soweit gesundheitlich zumindest alles fit. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich hier reinkomme in das Stadion hier, also wo ihr hier eure Location aufgebaut habt, ja, da fühle ich mich eigentlich schon seit den letzten 25 Jahren. Immer wenn ich das hier betrete, das hat für mich eine gewisse Aura. Auch wenn es jetzt leer ist, wenn es heiß ist. Aber es ist einfach irgendwie für mich speziell. Das kann ich natürlich absolut nachvollziehen, weil es ist wirklich ein schönes Stadion, muss man wirklich sagen. Ein besonderes Stadion. Und du hast ja auch sehr viele Spiele gemacht. Darüber werden wir gleich auch noch reden. Aber wir müssen erstmal natürlich über den Anfang sprechen in deiner Karriere. Die fing an beim SV Glendorf, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, nicht ganz genau. Mein Heimatverein ist, die heißen DJK Emmerting. Ist auch mein Ort, wo meine Eltern nach wie vor leben. Ich bin aber relativ früh dann zum Nachbarverein gegangen. Die hießen damals SV Glendorf, heißen jetzt Burgkirchen. War damals schon ein Problem, weil der Jugendleiter in meinem Verein war mein Onkel. Da gab es Theater, weil er es nicht verstanden hat. Aber für mich war damals schon klar, naja, dieser Club, also eigentlich heute glaube ich unvorstellbar, die hat eine sehr, sehr gute Jugendarbeit. Alle Jugendmannschaften eigentlich in den höchsten Ligen. Und was mir damals auch schon sehr dahin gezogen hat, dass sie natürlich auch Trainer hatten, wo ich der Meinung war, soweit ich das als Kind damals Jugendlicher bewerten konnte, die finde ich im Gespräch eigentlich sehr kompetent waren. Auch die Ausbildung damals schon hatten. Eine A-Lizenz in so einem D-Jugendbereich vorzufinden, war damals ja auch schon eher ungewöhnlich. Und viele meiner Auswahlkollegen, die ich schon kannte. Es gab ja damals noch diese bayerischen Bezirksauswahlen, viele Jungs haben da gespielt. Also für mich war klar, so sehr ich an meinem Heimatclub auch irgendwo vom Herz hänge, wie auch immer. Klar, man macht da seine ersten Schritte. War ja klar, damals schon irgendwie, hat mein Mama auch schon ein paar Mal gefragt, war das wirklich so? Sie hat schon gesagt, ja klar, dir konnte man das nicht ausreden. Weil ich habe jetzt ja selber Söhne. Ich kenne ja die Diskussionen oder die Meinungsfindung. Aber bei mir war das relativ klar, ich mache das. Interessiert mich nicht, was irgendjemand aus meinem Verwandtenkreis dazu sagt. Sondern das ist für mich der wichtige nächste Schritt. Du hast da ja deine fußballerische Jugend fast bis du 18 wurdest verbracht bei einem Verein. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt da höher gespielt und so. Gab es denn in dieser Zeit auch schon trotzdem Angebote von anderen Vereinen? Ja, wir waren natürlich da und hatten da ab der Ziehung natürlich auch Vergleiche gegen Bayern, 60 Augsburg. Das war schon auf einer Ebene, wo du natürlich in den Fokus kommst. Weil schon, je mehr ich darüber nachdenke, schon eine krasse Nummer. Wir waren da nicht so ein Mitläufer-Team, sondern wir haben da eigentlich vorne mitgespielt. Wir waren immer so Zweiter, Dritter, Vierter. Natürlich haben wir auch unsere Lehrstunden bekommen. Was weiß ich, wir sind mal nach München gefahren gegen Bayern. Mussten da auf dem Kunstrasen spielen. Das kannten wir überhaupt nicht. Also in Bayern, also da wo ich herkomme, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, wo ich Nordrhein-Westfalen, das ist ganz normal, kannten wir nicht. Und da haben wir natürlich auch mal eine Klatsche bekommen, weil die Bayern da einfach überlegen waren. Die kannten das. Für uns völliges Neuland. Aber wir waren da echt, wir haben uns da achtbar aus der Affäre gezogen. Es gab in der Ziehung den ersten Kontakt damals. Es war mit einem Berater, der über den VfB Stuttgart an uns herangetreten ist. Aber war für mich damals auch aufgrund der Entfernung, schulische Situation, war noch gar kein Thema. Aber es gab immer mal wieder natürlich auch Kontakt. Bayern 60, okay, das war ja naheliegend, dass die, wenn die uns zuschauen, wahrscheinlich irgendwann auch gemerkt haben, ey, so da rechts außen oder so, da war einer, der ist nicht so schlecht. Aber das haben wir eigentlich relativ gut wegmoderiert und war dann erst akut, als das letzte Abijahr kam. Weil ich da überlegt, oder die letzten beiden Abijahre damals, K12 und K13 damals, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt einen Schritt mache, macht es doch Sinn, nach München zu gehen, da mein Abi zu machen und sich für einen Verein zu entscheiden. Und das war dann so am Anfang, gerade so an der Schwelle, wo ich einen Führerschein gemacht habe, bin ich nach München gegangen. Zu 1860 in dem Fall, wo du ja auch noch später als Profi gespielt hast. Du warst dann nur ein Jahr, glaube ich, bei den Löwen. Warum war das nur ein Jahr, in Anführungsstrichen? Weil ich damals, ja, das Glück hatte, als A-Jugendlicher bei 60 auch mitzutrainieren in der ersten Mannschaft. Die haben wir da schon die Türen aufgemacht. Ich hatte mit Carsten Wettberg schon einen Förderer, der mich immer mal dazugeholt hat. Ich hatte sogar einen Einsatz als A-Jugendlicher damals in der dritten Liga bei 60. Das war auch eine Truppe, da war es jetzt auch nicht so einfach, da reinzukommen. Das war schon so eine Kultmannschaft damals. Und habe aber dann das Gefühl gehabt, dass sie, ja, mit dem, was sie mit mir vorhaben, ja, auch nicht so. Klar, zweite Mannschaft, die hat damals bei 60 in der, glaube ich, Bezirks-Oberliga gespielt. Ja, mir war da so richtig, der Plan war für mich nicht erkennbar. Und dann hatte ich um mich herum jemanden, der mich zu der Zeit auch ein bisschen unterstützt hat. Auch aus meiner, da habe ich in der Gastfamilie gelebt auch, das kam auch dazu noch. Und der für uns dann, oder für mich und zwei Kollegen bei 60 in der U19 damals, eine Idee entwickelt hat. Lasst uns zum FC Starnberg gehen. Neu gegründeter Klub, fusioniert, guter Trainer da. Lasst uns da Spielpraxis bekommen. Auch keine schlechte Gegend, oder? Das war für mich als erstes, ich habe eh so an der Grenze gewohnt, hinten im Süden raus, Richtung Sendling. Am Schluss habe ich da in so einer WG gewohnt, kannte den Starnberger sehr, das hat natürlich auch Vorzüge. Konnte meinen Zivilenstar angehen. Das war natürlich auch sehr, sehr positiv. In so einer Privatklinik, Dr. Agirov hieß die damals. Sehr schöne Klinik in Berg am Starnberger See. Und konnte da aber trainieren. Und ja, es war schon auch so eine erfahrene, abgewichste Truppe. Da hat Jürgen Teuber gespielt, das ist ja auch so jemand, den man hier kennt. Toni Schmidt-Kunst, das war so eine 60er-Legende. Ja, so alte Spieler, die noch irgendwann in diesen Bereichen halt untergekommen sind. Und die auch gut bezahlt waren. Und dazu halt jetzt die ganzen jungen Spieler von 60. Ich bin nicht alleine hin, sondern noch mit drei Kollegen insgesamt, die ich kannte. Und dann haben wir da eigentlich relativ schnell so erstmal diese damalige Landesliga aufgemischt und sind dann in die dritte Liga aufgestiegen. Und im Nachhinein war es für mich optimal. Ich hatte einen super Trainer. Karl-Heinz Finsterer hieß der. Auch kein Bekannter in der Szene. Nie geworden, verstehe ich auch nicht. Einer meiner besten Trainer. Und wir hatten da, oder ich habe mit jungen Jahren absolut Verantwortung bekommen. War Leistungsträger und bin da richtig, ja, habe die Chance gehabt auch zu reifen. Das war im Nachhinein ein genialer Schritt. Und da bin ich jetzt sehr froh, dass ich nicht irgendwo da bei 60 hängen geblieben bin. Das hätte nämlich passieren können. Wollte ich nämlich gerade sagen, aber wenn man dann einmal bei so einem größeren Verein ist wie 60 und dann so ein junger Bursche ist, ist es dann erstmal so, Starnberg fühlt sich dann erstmal doch dann wie ein Schritt zurück an, oder? Ja, also ich war schon immer so eher die Dinge relativ sachlich betrachtet. Also war nie so der, der da emotional komplett aus dem Ruder gelaufen ist, nur weil ich bei den Profis mal eine Trainingseinheit mitgemacht habe oder weil ich da mal ein paar Minuten gespielt habe. Also für mich war schon klar, es muss nachhaltig irgendwo hingehen. Potenzial ist da, Wille ist da, Einstellung ist da. Also im Grunde war für mich klar, also eigentlich kann mich nichts aufhalten. Es muss nur der richtige Rahmen gefunden werden. Es muss nur der richtige Zeitpunkt gefunden werden. Und das war eigentlich dann schon genial, weil ich dann relativ schnell auch Kontakt nach Nürnberg hatte, über den Willi Entenmann. Hatte hier auch schon Trainingseinheiten, die ich mitgemacht habe. Heutzutage auch eigentlich unvorstellbar, dass ein Drittligaspieler in die erste Liga mal fährt. Und dann habe ich Dienstag hier mittrainiert. Das war von meinem Club damals alles so, ja, wurde abgesegnet. Wow, ja. Da habe ich Dienstag mal Einheiten hier gemacht, habe das schon ein bisschen kennengelernt. Und da war eigentlich klar, dass ich dann zur Saison 93, 94 hierher wechsle. Also es war schon gut vorbereitet, sage ich mal. Genau, wie du schon sagst, 1903, also warst dann zwei Jahre in Starnberg, hat es dann eine sehr gute Zeit, eine sehr lehrerreiche Zeit, konnte es dich entwickeln. Aber 1993 kam dann der Schritt in die erste Bundesliga. Wie hat sich das so angefühlt, als auf einmal klar war, jetzt erfüllt sich, sage ich mal, ein Traum und ich bin jetzt Mitglied einer Erstligamannschaft? Ja, ich habe natürlich Zeit gehabt, mir das Ganze hier mal anzusehen, für Franken, für den Klub mal ein Gefühl zu entwickeln. Ich meine, ich komme aus Oberbayern, also wir hatten, da gibt es eine große Club-Fanbase, weiß ich jetzt, oder wusste ich relativ schnell, aber damals Einzugsgebiet Bayern, 60. Ich war komischerweise Gladbach-Fan, weil mir das, nee, das war so. Ist das bis heute noch so, oder? Ich habe schon eine Sympathie auch für Gladbach, ja. Und damals war so Kriens, Hans-Günter Bruns, Matthäus, der Junge, das war für mich, hatte ich mit denen da mit 17 Mal Kontakt, das kommt auch dazu, da saß ich eigentlich mit dem Klub mal am Tisch, aber das war zu weit weg. Also ich war so in der Region Oberbayern da wahrscheinlich der einzige Gladbach-Fan, aber das war halt so. Ich bin trotzdem zu Bayern gefahren, habe Spiele geguckt im Olympiastadion, aber das war halt so mein Faible. Also der Kontakt hier nach Nürnberg hat mir natürlich ermöglicht, hier relativ schnell alles kennenzulernen. Also nicht hierher zu kommen, anzufangen erstmal hier zu gucken, was hier abgeht, sondern ich wusste, was auf mich zukommt. Ich sage trotzdem ehrlich, das versuche ich auch den Spielern jetzt immer zu sagen. Ich wusste vom ersten Training an hier, hey, ich werde hier spielen, aber ich muss natürlich alles raushauen, ich muss einstecken, ich muss jeden Tag ans Limit, ich muss schnell dieses Profileben, gerade körperlich, mir aneignen, weil das ist schon ein Unterschied dann, wenn du vier, fünf Mal die Woche abends trainierst, so ging es mir natürlich auch, und dann hier die Doppelschichten fährst, aber ich habe mir mal meine Konkurrenz so angeguckt und, also klar, Selbstbewusstsein gehört dazu, nicht überzogen, aber für mich war schon klar, sechs Wochen Vorbereitung, ja okay, am Anfang nicht nervös werden, aber ich werde sie einfach spielen. Und ich glaube, das kann man dann auch transportieren in seiner Körpersprache, in seinen Trainingsleistungen, die Alten respektiert, die haben aber relativ schnell Respekt von mir bekommen, wenn man nicht der Lautsprecher ist, sondern wenn man halt, ja, einfach Zeichen setzt im richtigen Moment. Und im Profifußball ist immer so ein Gespür, wenn man sich auf den verlassen kann, und ich glaube, das war bei mir zu 100 Prozent, die wussten einfach, wie sie dran sind, und deswegen hat es sich als junger Spieler hier relativ einfach. Das finde ich nämlich auch so spannend, weil du kamst dann eben aus der Drittklassigkeit sozusagen vom Verein her, und hast dann am ersten Spieltag, hast du schon Einsatz gehabt, also direkt debütiert. Ja, richtig. Da brauchen ja einige Spieler, ist ja auch überhaupt nicht verwerflich, etwas länger für, aber das finde ich schon sehr auffällig, dass du dich dann direkt in der Vorbereitung so gezeigt hast, dass du dann auch debütiert hast. Das merke ich ja selber jetzt in meiner Position, die ich gerade ausübe, in den Gesprächen hört sich das immer einfach an. Wie den HSV übrigens damals. Niederlage 5-2. 5-2, korrekt, ja. Ich würde es den Jungs sehr gerne noch mehr sagen, aber ich weiß, nur vom Sagen ist es nicht getan, aber für mich war es einfach so einfach. Du hast Training, du hast um 10 Uhr bereitest dich vor, kommst um 9 Uhr in die Kabine, dann gehst du raus und haust alles raus, und du willst jedes Trainingsspiel gewinnen, kein Weg ist dir zu schade, ja, du machst alles für den Mitspieler, und wenn du das da drin hast, was natürlich von heute auf morgen nicht reinkommt, das weiß ich ja auch, das habe ich viel meinen Trainern zu verdanken, gute Trainer, meiner Erziehung, klar. Wenn dir sowas mitgegeben wird, dann sage ich immer, ey, es ist nicht so schwer. Meiner Meinung nach, aber wir haben viele Fälle bei uns, wo wir natürlich merken, ja, da ist gerade dieser Eigenantrieb, diese Mentalität, immer so ein kleines Hindernis. Für mich unvorstellbar. Und wenn du dann hier das erste Mal bei mir, ich war Freitagabend hier, war mein erstes Heimspiel, ich habe von Anfang an gespielt, das werde ich nie vergessen, das war der Wahnsinn. Der Rasenbauer wie heute, das fällt mir deswegen gerade ein Déjà-vu. Aber das ist alles ein Ergebnis von beharrlicher, langer Arbeit, von einer intrinsischen Motivation. Ja, da braucht man keinen, der permanent sagt, komm, mach mal. Sondern das müsste für mich normal sein. Warst du dann dementsprechend bei deinem ersten Spiel auch einfach nur geil drauf, oder dachtest du dann schon, oh, jetzt geht es aber doch schnell, und oh, jetzt ist aber erste Bundesliga ja auf einmal angesagt? Oder hast du einfach nur Lust, auch da einfach alles rauszuhauen? Ja, also dieses Lust, Spaß, weiß ich nicht. Das trifft bei mir jetzt, für mich war es dann schon, hey, Job, jetzt ist Lieferzeit. Und wenn du hier am Freitagabend zum Warmmachen rausgehst, 50.000, und vorher hast du halt in Starnbeck vor 550 gespielt, dann ist ja klar, da habe ich auch geguckt, beim Warmmachen schon, weiß ich noch. Aber nochmal, ich hatte schon so eine innere Ruhe. Das zeichnet mich ja irgendwie aus, dass ich da nicht leicht kippe. Und das war für mich hier immer, mich hat dieses Umfeld auch hier so von Anfang an gestärkt. Ich bin ins Training gegangen oder auf dem Platz hier. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, aber ich hatte so ein Selbstverständnis. Das ist mir dann bei Bayern ein bisschen abhanden gekommen. Und da habe ich schon gemerkt, das war in Nürnberg schon besonders. Ich wusste hier, kann passieren, was ich will bei diesem Klub. Kann nichts passieren, für mich zumindest. Also diese Ära beim Klub, also diese Zeit beim Klub, die du hattest, so sechs Jahre, ist ja schon wirklich auch relativ lange, auch für den Profifußball, bis 1999. Da war dann ja auch eine Zeit für einen Klub dabei, die sehr, sehr schwer war. Also ihr seid dann in deiner Debütsaison, in der du schon sehr viel gespielt hast, abgestiegen. Und wurde dann, 96 gipfelte diese für den Klub schwierige Zeit darin, dass ihr in die Regionalliga abgestiegen seid damals. Und du warst ein junger Spieler, ein junger aufstehender Spieler, der beim Klub da schon viel gespielt hat. Warum bist du denn damals dann mit dem Klub in die Drittklassigkeit gegangen? Also nach dem ersten Abstieg, erste Liga, hatte natürlich schon ein bisschen was auch mit meiner Vertragssituation zu tun. Damals gab es diesen ominösen Paragraph 11. Das hieß, der Verein hat den gezogen und konnte dich für ein Jahr noch weiter verpflichten zum gleichen Bezügen. Okay. Also das haben sie bei mir relativ hier schmerzlos gemacht. Zwei Tage nach dem Abstieg, hier, wenn du das Bescheid weißt. Im Nachhinein, was haben wir jetzt, 2020, so mal 30 Jahre später, hätte ich mir schon gedacht, wenn man einem jungen Spieler sagt, du Michael, um dich herum wollen wir hier noch mal weiter eine Mannschaft bauen, dann hätte man das natürlich auch vertraglich dokumentieren müssen. Das habe ich damals wahrscheinlich auch ausgeblendet, würde ich heute nicht mehr machen, weil ich natürlich auch damals schon wusste, was um mich herum in meiner damaligen Mannschaft, Zerrate, Sutter, Schwabel, ich nenne nur einige Namen, was da wahrscheinlich auch hier verdient wurde, sage ich mal. Aber war für mich in den jungen Jahren jetzt nicht das oerre Kriterium, aber das habe ich im Nachhinein ein bisschen vermisst. War nicht schlimm, es wurde dann angepasst. Ich hatte die Möglichkeit, hier zu spielen. Wusste natürlich auch immer, spätestens schon am Abend nach dem Abstieg, auf dem Anrufbeantworter, drei Vereine drauf waren, die mich verpflichten wollten. Ich wusste schon, wenn ich das hier mache, dann sollten wir relativ schnell wieder in die erste Liga. Also im Endeffekt, irgendwo denkst du trotzdem an deine eigene Karriere. Ja klar. Und wenn man dann schon gemerkt hat, in der ersten Liga kann man durchaus auch gut mithalten. Ja sicher, also das war schon so eine Sehnsucht, die sich da aufgebaut hat. Aber ja, ich habe dann auch hier, ich habe gemerkt, ich ticke halt auch so. Ich meine, ich will Verantwortung. Es hat mich auch bedrückt, was wir da sportlich hier geleistet haben. Wobei ich vielleicht im ersten Jahr gar nicht so der Entscheidende war. Ich hatte einen ganz guten Schnitt im Kicker. Ich war sogar unter den Top-Leuten, aber ich bin halt trotzdem abgestiegen. Ich saß halt mit in dem Boot. Und das auch wieder gut zu machen. Das hat sich dann so entwickelt, dass es irgendwie hier nicht weiter ging. Aber trotzdem habe ich immer mehr Verbundenheit entwickelt und mehr Verantwortung entwickelt, um das Ganze wieder gerade zu biegen. Ob das jetzt richtig oder falsch war, weiß ich nicht. Es hat auf jeden Fall wahrscheinlich ein paar Erstligaspiele gekostet. Und ich möchte aber trotzdem diese Phase nicht müssen. Was hier passiert ist, was hier falsch gelaufen ist. Aber trotzdem, wo wir dann trotzdem mal gute Phasen hatten. Aber es war halt sehr, sehr unruhig. Und da konntest du dich wirklich so richtig auf Fußball konzentrieren. Es war immer was los hier. Aber dann 1996, also wo man sagen kann, das war dann wahrscheinlich der Tiefpunkt, hat es sich ja dahingehend gelohnt, dass es dann ja auch wieder für euch bergauf ging. Also ihr habt dann als erster FC Nürnberg in der Drittklassigkeit gespielt gegen Vereine wie Fulda, wie Ditzingen und also vor allem die heute gar keine Rolle mehr spielen als großer erste FCN dahin. Wie war das denn so, wenn man dann auf einmal als Club bei Borussia Fulda aufgelaufen ist? Na ja, es war schon... Wie wurdet ihr da empfangen auch von den... Organisatorisch nicht viel anders. Wir haben ja hier ein normales Profi-Ding durchgezogen. Für uns hat sich nichts geändert. Die Fahrten waren halt kürzer. Die Vereine, hast du gemerkt, es war Volksfest. Wenn wir kamen, war die Hütte voll. Und das hat sich schon so entwickelt. Auch hier, glaube ich, bei unseren Club-Fans. Die sind halt mitgefahren. Wir waren, was weiß ich, in Egelsbach. Kennen wahrscheinlich heute auch nicht mehr so viele. Aber da war... Das war eine Club-Hochburg. Oder in Kassel. Oder in Weiß meines Jähren. Nicht weit weg hier. Ein riesen Stadion steht da nach wie vor. Das Ding war voll und es waren richtige... Ja, im Nachhinein waren es top, top Erfahrungen, top Ereignisse. Die Gegner hatten Respekt. Die waren heiß auf uns. Aber wir haben schon auch genutzt, dass die immer so... Gerade in der Anfangsphase waren sie uns sehr vorsichtig gegenüber. Und da haben wir oft zugeschlagen. Und haben das dann in die richtige Richtung gebracht. Wir haben keine Übermannschaft gehabt. Das war auch klar. Aber wir haben das dann... Wir sind schon so zu einem Team geworden. Willi Entenmann hat das damals auch, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Und haben uns da schon so... Da war Frank Baumann auch unter anderem schon bei euch. Wir hatten schon eine gute Truppe auch. Aber alles aus Spieler, die sich dann auch noch entwickeln musste. Ich genauso. Klar, bist du plötzlich mit 22, 23 voll in der Verantwortung gestanden. Und das prägt einen schon. Und das haben wir dann gut gemacht. Aber natürlich nicht mit einer Truppe, die jeden Mal 4-5-0 aus dem Stadion schießt. Das nicht. Sondern eben mit einer Truppe, die wissen musste, wenn du nach Kassel fährst, wirst du Widerstand kriegen. Du wirst dagegen halten müssen. So ähnlich wie jetzt, wenn ein Erstligist in die zweite Liga absteigt. Ja. So ein ganz anderer Fußball halt. Und zu Hause war aber hier... Gab es dann auch mal so richtig auf die Knochen von so Leuten, die sich gedacht haben, boah, jetzt der Wiesinger, der quirlige Wiesinger, dem werde ich jetzt aber mal besonders den Zahn ziehen. Hattest du so dieses Gefühl? Nein, aber ich habe in der Phase schon viele Elfmeter gezogen, Freistöße. Das war ja klar, dass da... War es auch einfach vielleicht ein bisschen zu schnell dann. Naja, aber das war ja klar, dass... Irgendwie habe ich mir ja... Ich war ja dann vorher schon zwei, drei Jahre in der erste Liga, in der zweite Liga, dass man irgendwo ein bisschen einen Vorsprung hat in dem, was man tut und in der Qualität. Das war ja auch klar. Aber Regel Nummer eins war erstmal dagegen halten, in den Zweikämpfen, wie man so schön sagt. Hingehen, nicht zurückziehen. Und da hat man schon eine gute Mischung. Das hat der Trainer damals schon erkannt. Und deswegen hatten wir schon auch eine Mannschaft, gegen die man nicht so gern gespielt hat. Ja, aber wenn es lief, haben wir den Gegner schon auch zerlegen können. Ja, das war schon... Wir hatten schon Qualität, gerade in vorderster Front. Und so Jungs wie Frank Baumann, die haben sich da halt entwickelt zum richtigen Stabilisator. Und ja, hier zu Hause ist auch was passiert. Das Stadion war plötzlich voll. Ja, die Leute haben gemerkt, hey, hier passiert wieder was, der Klub. Ja, das ist irgendwie vielleicht ein ehrlicher Fußball. Und den Jungs kann man vertrauen, die kann man unterstützen. Habe ich zumindest so empfunden. Und dann war dieser Aufstieg zusammen mit Kräuter Vierte ja damals auch noch eine Folge, eine logische Folge von dem Ganzen. Apropos gute Mischung. In dem Jahr darauf war Felix Magath auch euer Trainer. Wie hast du den denn eigentlich so als Trainer erlebt? Über den gibt es ja ganz viele Geschichten und ein ganz spezielles Image. Wie kam Michael Wiesinger mit Felix Magath zurecht? Also für mich, im Rückblick, war es eigentlich mein bestes Jahr. Also du hast elf Tore geschossen? Ja, also was das betrifft, der war... Und ihr seid ja auch aufgestiegen dann direkt im Durchmarsch? Anders als Willi Entenmann. Willi war, soweit ich das jetzt noch sagen darf, ich hatte eine tiefe Verbindung zu ihm. Aber er war schon speziell. Ein Schwabe, viel geredet. Hey Junge, was ist denn da schon wieder? Er hat auf die Ernährung geguckt und beim Laufen wollte mir keiner neben ihm laufen, weil er so viel geredet hat. Weil der war oft, hast du gedacht, der ist fitter wie wir. Wie kann einer beim Laufen so viel reden? Und Magath war halt das komplette Gegenteil. Er war vom ersten Tag an, ja war immer so eine Distanz. Das hat er natürlich auch hier geschickt eingesetzt. Das ist Psychologie. Damals auch noch nicht so gecheckt, was der so macht, wenn er eine Besprechung hält, ganz leise redet. Ja, was will er da, dass alle näher kommen? Oder wenn er mal, was weiß ich, wenn er mal in der Mannschaftsansprache in der Kabine 15 Minuten gar nichts sagt. So was hat er auch gemacht? Ja, was fängst du damit an? Was will er damit? Aber der hat aus unserem Haufen, wir sind nicht gut in die zweite Liga gekommen mit Willi Entmann damals, hat er wirklich, der hat was entwickelt. Das habe ich danach auch nicht mehr erlebt. Der hat da schon so ein Konstrukt gebaut. Da waren schon die Mannschaft, die waren nicht alle begeistert. Aber die wussten, uns bleibt eh nichts anderes übrig. Wir müssen marschieren. Wir müssen das Training aushalten. Wir müssen ihm zeigen, dass er uns nicht klein kriegt. Das war so. Und deswegen waren wir natürlich topfit. Und er hat da glaube ich auch gemerkt, hey, das ist eine Mannschaft mit Martin Driller und so. Und wir waren natürlich, wir waren widerstandsfähig. Und wenn er oft im Trainingslager mal hart trainiert hat und früh um acht Intervallläufe in der Schweiz, dann sind wir halt mit dem Bus zurück ins Hotel und haben halt da ein Lied angestimmt. Also jetzt nicht ich, aber so Leute wie Martin, der so für eine Mannschaft, ja das sind Top-Jungs oder ein Top-Typ, der halt auch einsteckt, aber dann halt auch einfach für die Mannschaft mal wieder was inszeniert. Das war damals so ein richtiges, da ist was gewachsen. Und wir waren keine Über-Truppe. Aber plötzlich vom letzten Platz hier, erinnert mich noch, hier gegen Gunther Haching, habe ich das Tor geschossen. Okay, haben wir gewonnen. Und dann ging, dann ging da so ein Flow raus. Immer 1-0, immer, aber irgendwie, also für mich war, ich habe noch nie vorher das Gefühl, 92. Minute und ich kann jetzt nochmal einen Schalter, nochmal runterschalten und es geht jetzt nochmal. Also es war schon körperlich eine neue Grenzerfahrung, aber mir hat es nichts ausgemacht. Aber es gab natürlich andere, die haben gelitten, sag ich mal, und es sind viele dann auch weggegangen, durchgefallen, wie auch immer. Und Margat ist dann nach einem Jahr, wo wir super erfolgreich waren, ist er ja ganz plötzlich dann weg. Und ich war sein Kapitän, ich hatte mit ihm vielleicht ein bisschen mehr Kontakt, aber ich habe auch nicht so die tiefen Gespräche gehabt. Brauchte ich auch nicht. Ich habe mich immer gefragt, was ist los, gibt Wiese, gibt es was? Ich so, nee, alles klar, naja, kann es wieder gehen. Und die anderen haben mich natürlich draußen gefragt, ey, was hat er gesagt? Ich so, ja gar nichts. Dann sind wir wieder raus und er hat uns wieder schön, schön lang gemacht. Aber in einem Jahr seid ihr dann ja, wie gesagt, dann aufgestiegen, also wart sportlich erfolgreich unter ihm. Gab dann auch das letzte Spiel hier, glaube ich, gegen Cottbus, wo du auch einen Doppelpack geschnürt hast. Ja. Ich weiß gar nicht, stand vor dem Spiel der Aufstieg schon fest oder musstet ihr nochmal? Ja, ja, Gott sei Dank, weil wir am Schluss ist uns die Puste ausgegangen, hat ein bisschen was. 3-3 war das dann. Vielleicht ein bisschen was mit der Trainingsteuerung zu tun, mit dem heutzutage, spricht man ja viel über hart trainieren und regenerieren. Kann ich jetzt beim Herrn Magath jetzt nicht so feststellen, dass wir so viel regeneriert haben. Okay. Aber das war, wir haben uns jetzt über die Zielgerade gerettet und am Schluss hier noch ein Spektakel gegen Cottbus. Aber auch da, glaube ich, haben wir 3-1 geführt oder so. Ja. Gegen eine Mannschaft, die waren ja auch mausetot. Ja. Die haben ja bestimmt auch gefeiert oder was, keine Ahnung. Und dann haben die uns noch hier 3-3 abgeluchst. Aber das war wahrscheinlich trotzdem ein überragender Tag, oder? Und dann den Club wieder in die erste Liga zurückgeführt zu haben. Ja. Also das Highlight war ein paar Tage schon vorher, haben wir in Stuttgart der Kickers gespielt, einen Unentschieden erkämpft. Und die Heimfahrt Mittwochabend, das war für mich so dieses, wenn mich jemanden fragt, ein Journalist hier oder von uns vom Club TV oder sonst was, sagt du, Michael, was war denn so seit diesem Mittwochabend, wo wir hier zurückgekommen sind. In Nürnberg gibt es ja den Plärer bis zum Hauptbahnhof. Zweite Liga. Mittwochabend, ja, am nächsten Tag ist ganz normal Arbeit. Der war komplett voll. Wir sind da durchgefahren. Die Fans waren da. Das war wie so eine Meisterschaft. Aber ich dachte, ey Wahnsinn, was ist denn hier los? Wir sind ja gerade mal wieder jetzt in der ersten Liga. Aber du hast einfach gespürt, ey, nach all den Jahren hier, dieser ganze Mist, der da teilweise auch passiert ist. Und das ist für mich der prägendste Moment, wo ich sage, ey, das ist unfassbar, das wirst du nie vergessen. Damals gab es kein iPhone, sonst hätte ich es wahrscheinlich aufgenommen. Und das war genial. Die ganze Straße, sagen wir mal, war es so Mitternacht. Nochmal Mittwochabend, da war hier tote Hose nochmal. Und du warst ja auch so ein bisschen in dem Jahr, also Kapitän und gut getroffen in dem Jahr, insgesamt elf Tore. Also auch so ein bisschen, würde ich mal sagen, vielleicht das Gesicht der Mannschaft. Hast du, warst du dann auch wirklich in der Zeit, dich auch, was heißt gefühlt oder so fast behandelt worden von den Fans wie so ein Held einfach? Was war das für ein Gefühl? Ich finde schon, ich finde aber auch verdientermaßen, weil ich, ja, ich musste auch hier einstecken. Es ist ja nicht so, dass da irgendeiner gesagt hat, ey, Michael, du hast so ein tolles erstes Jahr hergehabt. Super. Sondern nein, wenn du draußen warst, ja, in Nürnberg ist es nun mal so, da musst du einstecken. Da wirst du beschimpft. Ach, echt auch? Ja, also das ist ja irgendwo, ey, hier hängt jeder mit Herzblut dran. Das kann ich nicht erwarten, dass ich dann in die Stadt gehe. Und das ist halt so. Und ich werde nie vergessen, letzter Zweitligaspiel, wo wir runter sind, glaube ich, dann 96 oder so in die dritte Liga. Am Zaun hat mich auch ein Fan abgepasst, angepöbelt, beleidigt, rauf und runter. Und dann habe ich gesagt, okay. Ich bin so ziemlich ruhig geblieben und habe gesagt, du, pass mal auf, ich sage dir jetzt eins, ich garantiere dir. Und dafür stehe ich, habe ich irgendwie so gesagt, das werde ich nie vergessen. War es auch so heiß wie heute. Im Nachhinein habe ich gedacht, da habe ich einen Sonnenstich gehabt. Und dann sage ich, hör mal, pass mal auf, in drei Jahren, also gefühlt dritte Liga, zweite Liga, in zwei Jahren sind wir wieder in der erste Liga. Das gebe ich dir jetzt schon schriftlich. Du Idioter, was ich gesagt habe. Arschloch. Langweil mich nicht so. Und das war für mich auch so prägend, wo ich gesagt habe, weißt du was, wenn du schon hier austeilst, dann muss jetzt was passieren. Und das war für mich nach diesem Cottbus-Spiel oder am Mittwoch davor, das war für mich so ein Bild, wo ich gesagt habe, weißt du was, allen, denen ich es gesagt habe, ruhig bleiben, das war ja nicht zu erwarten. Das ist halt meine Zeit hier. Ich hätte auch gerne hier einen DFB-Pokal gewonnen. Klar, das ist schon ein Unterschied. Aber trotzdem natürlich ganz wichtig für den Klub gewesen, wirklich aus dieser Drittklassigkeit, es gibt ja wirklich Vereine, die dann abschmieren einfach, da dann wirklich schnell wieder rauszukommen. Ja, das war wichtig, auch ein paar Typen zu haben, die das auch rüber transportieren. Das war damals schon, haben sie auch die Mannschaft gut zusammengestellt. Da war Schorsch Volker, glaube ich, auch damals Manager, sportlicher Leiter, der da ein paar ganz gute Sachen gemacht hat. Da hat Ziric geholt, nochmal als Stürmer. Also es war eine Truppe, finde ich, mit der konnte man sich echt identifizieren. Und dann wart ihr in der ersten Liga und du hast auch noch ein Jahr hier in der ersten Liga gespielt. Und dann kam natürlich irgendwie ein Anruf von Uli Hoeneß oder wie kann man sich das vorstellen? Wie wurde der Wechsel zum FC Bayern eingefädelt? Und hier hat euch der erste Teil mit der Liga gespielt. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr Interviews von uns, dann kriegt doch mal hier für das Interview mit Uli Wolf oder hier für das Interview mit Giovane Elber. Viel Spaß beim Zuschauen.